. Rein hier! Wir haben den Butler gefunden. Er versteckt sich im abgelegenen Vorgebirge der Gabelmeisterspitze. Er konnte überredet werden, euch morgen Mittag auf der Gipfelwarte zu treffen. Sagt keinem etwas. Er wird alles erklären. Euer Zug fährt in viereinhalb Minuten. Hier sind eure Billets. Oh, dritte Klasse. War überbucht. Aber der Schaffner war mal Sommelier im Vieux Versailles. Er hat was gedeichselt. Die braucht er für den Speisewagen. Eine Sache noch. Der Depanage. Es gab nur die kleine Flasche. Wir sollten ihm etwas geben als symbolische Geste. Wie viel Geld hast du? 42 Klobets und drei Posten. Gib mir 25. Ja. Vergelt Gott. Bitte.